Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen wieder mal zu einer Folge Geek Talk Daily. Heute mit der Nummer 620 am heute richtig Dienstag, 21. Mai 2019. Meine Themen sind Huawei, Glass, Android Auto, Audacity, Stack und Edge. Ich beginne gleich mit Huawei. Da war ja was los. Kurz vor der Audioaufnahme oder vor der Aufnahme des Geek Talk Dailys von gestern, also für den Montag am Sonntagabend, habe ich die News noch aufgeschnappt und dann eben auch gleich mit reingenommen, dass eben Huawei da bei den Amerikanern rausgeschüttet wurde. Und das ging ja heute durch alle Medien. Querbeet und mit allen möglichen Angst und weiß nicht was alles. Das Ganze weitet sich aber logischerweise noch aus, weil der Staat oder Amerika oder die USA, mein Gott, oder noch genauer der Herr Trump, hat natürlich nicht nur Google verboten, mit den Geschäften zu machen, sondern auch alle anderen Firmen. Und somit sind auch Chip-Hersteller wie Intel, Qualcomm, Xilinx und Broadcom und andere auf der Liste, die eben intern mitgeteilt haben, dass sie das nicht mehr tun dürfen. Wer aktuell noch nicht genau rausgegangen ist, ob und wie und sowieso, ist Microsoft. Und wer sich jetzt fragt, ja, Windows-Phones gibt es ja schon lange nicht mehr, nee, das ist korrekt. Aber Huawei hat ja auch die MacBooks kopiert, äh, MacBook kopiert, genau, die Ultra-Books designt. Und ja, da laufen ja Windows 10 drauf. Somit, ja, könnte es auch da in die Richtung gehen. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Ein Produkt, was wir gedacht haben, es nicht mehr zu sehen, oder nicht so schnell wieder zu sehen, war Google Glass. Möchtet ihr noch erinnern, damals vor, boah, circa sieben, acht Jahren ist es, glaube ich, her, wo die Brille vorgestellt wurde, damals noch in der öffentlichen Beta-Phase. Und ja, das hat ja ziemlich gefloppt im Sinn halt von Thema Datenschutz. Langsam aber sicher kam das Thema damals richtig auf, als Google plötzlich Leute rumlaufen liess mit Kameras und alles abfilmen liess, in Anführungs- und Schlusszeichen bitte, dieses alles. Ja, jetzt kommt Google Glass 2 raus. Und zwar somit, dass Google, oder besser gesagt, die Firma dahinter, Alphabet, das Ganze ausgegliedert hat in eine Glasabteilung, die Firma, die Unterfirma nennt sich eben Glass, und die stellt diese Brillen her. Die sind auch nicht mehr für Private gedacht, sondern eher für den Einsatz im Business-Bereich. Und somit hat auch zum Beispiel die Deutsche Post-Dial da schon Brillen geordert und möchte auf dieses Produkt setzen. Neu nennt sich das Ganze Glass Enterprise Edition 2 und ist ab 999 US-Dollar zu kaufen im Einzelport. Was mir gefällt, es hat nur ein USB-C-Port, alles andere muss man sich auf jeden Fall anschauen. Und ja, eben, Datenschutz, Datenschutz. Bei Android gibt es einiges aktuell, was drunter und drüber geht. Und die Anwälte im Hause Google oder Hause Alphabet haben sehr, sehr, sehr viel zu tun. Unter anderem auch in Italien aktuell, denn da will man die Monopolstellung, welche Android teilweise hat, ein bisschen unterbieten. Monopolstellung haben sie noch nicht wirklich bei den Android-Auto-Modellen. Da gibt es ja das iOS-Pendant dazu und noch ein paar andere Möglichkeiten. Und da ist Android natürlich noch nicht so verbreitet. Aber es ist jetzt so gekommen, dass eine Firma aus Italien da ein bisschen was einreichen oder eine App einreichen wollte, die eben dazu reinspielt, um den Nutzern Informationen zugänglich zu machen für die Möglichkeit, Elektroautos aufzuladen. Und die wurde abgelehnt und das Ganze ging dann ziemlich schnell vor den obersten Instanz vor Gericht. Und aktuell läuft das jetzt eben, ob man da vorgehen möchte, dass Google auch andere Dienste einrichten oder zulassen soll. Google selber sagt, sie möchten halt einfach nur Navigation und zwar Google und Waze, also ihre beiden eigenen, und Kommunikations-Apps zulassen, einzig und vor allem auch allein aus dem Grund der Sicherheit, dass da nicht zu viele Apps drauf sind. Man, ja, Google hat ja auch selber solche Daten. Da ist es schwierig, aber auf jeden Fall bin ich gespannt, wie das Ganze da ausgehen wird. Und vor allem, ob sich dann das Ganze nur in Italien öffnen wird oder auch weltweit. Sehr, sehr speziell. Ich hoffe ja nicht, dass zu viele Apps auf diese Autos kommen oder auf die Möglichkeiten, die in den Autos kommen. Denn, ja, wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich hatte zwei nicht selbstverschuldete Autounfälle in den letzten Jahren und erhebliche gesundheitliche Probleme deshalb und somit, ja, einer davon mindestens geschah eben wegen einer nicht aufmerksamen Fahrerin. Aber ja, nächstes Thema ist Audacity. Eine App, die eigentlich auf, ja, zumindest auf Windows installiere ich die immer sofort. Auf Mac, seit ich auf das Scarlett-Teil umgestiegen bin, auch für die Aufnahme von eben genau jetzt hier, dem Geek Talk Tailey. Wenn ich es am Rechner mache, dann mit Audacity, hat aber auch nur damit zu tun, weil ich Scarlett nicht richtig konfigurieren kann. Sonst würde ich QuickTime nehmen wie früher. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall hat man jetzt auch unter der Windows-Version Lame integriert. Also den Lame-Encoder. Wer jetzt denkt, was ist das? Ich brauche es selber nie. Deshalb bin ich nur ein paar einzelne Male darüber gestolpert. Wenn ihr bis vor kurzem MP3 aus so einer App habt exportieren wollen, GarageBand hat das mit drin, aber eben so eine freie App logischerweise nicht, dann musste man was nachinstallieren. Eben diesen Lame-Encoder, damit ihr MP3s, die eben noch unter Patentschutz gestanden sind, habt den dekodieren oder enkodieren können. Und das müsst ihr jetzt nicht mehr tun, weil ab der neuesten Version, 2.3.2 auf Windows, wird dieser Lame-Encoder direkt mit integriert und somit habt ihr das Ganze dann mit drin und habt ein fertiges Produkt. Da ich eh nur BUFF exportiere oder sonst unkomprimiertes Zeugs, stört mich das nicht, aber man weiß ja nie. Und wenn es soweit ist, dann ist man froh, wenn es drin ist, auf jeden Fall. Wer ein bisschen strukturierter arbeiten möchte, und das ist eine kleine App-Empfehlung, aber auch eine News, weil die App ist relativ neu, ist ein neuer, für macOS zumindest ein neuer Browser erschienen. Stack hört ihr, Link zum Beitrag auf dem Pogipsi-Blog und natürlich da drin dann auch der Link zum Download, ist übrigens kostenlos und soll auch so bleiben. Zu der App findet ihr, wie immer, in den Shownotes zum heutigen Podcast. Ich finde das cool, da habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Social Networks, Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook und so weiter und so fort und auch weitere Dienste und Messenger schön tabellarisch, also nebeneinander in Spalten darzustellen und somit einen groben Überblick über alles zu bekommen. Habt ihr auch ein mobiles Instagram, das ihr dann zum Beispiel am PC, also eben nicht am PC, sondern am Mac nutzen könnt. Das ist schon mal cool und könnt das Ganze auch gruppieren. Wenn es interessiert und ein bisschen konzentrierter arbeiten möchte, heisst nicht im Hauptbrowser die ganzen Social Networks drin haben möchte, sollte sich das mal anschauen. Und wir bleiben bei einem Browser und das ist derjenige von Windows, der Edge-Browser, der ja ins Chromium-Lager gewechselt hat, gibt es jetzt im sogenannten Canary-Build auch für macOS zum Vorab-Downloaden. Ist eher gedacht für die Experimentierfreudigen, für diejenigen, die ein bisschen mittesten möchten und natürlich die Web-Entwickler, die schauen können oder sollten, ob ihre Webseiten auch so dargestellt werden, wie sie dann hätten es tun sollen. Super Deutsch wieder, aber ja, wer mag, kann es sich runterladen. Ich habe es vorgetan, kurz geöffnet und werde es nachher dann noch ein bisschen mehr ausprobieren. Ich bin mal gespannt, was der kann und wie er es kann. In diesem Sinne, das waren es mit den Neuigkeiten zum heutigen Tag. Euch wünsche ich einen schönen und erfolgreichen Tag und ja, würde mich freuen, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.